Könnte Dunkelheit ohne Licht existieren? Dunkelheit ist das Fehlen von Licht. Es bezieht sich auf den Mangel an Licht oder das Vorhandensein von sehr wenig Licht. Ohne Licht gibt es keine Dunkelheit, da Dunkelheit selbst kein physisches Objekt ist, sondern nur ein Zustand, der entsteht, wenn Licht fehlt. Dunkelheit existiert daher nur in Bezug auf Licht. Wenn es kein Licht gäbe, könnte es auch keine Dunkelheit geben. In diesem Fall wäre alles einfach, nichts, ohne jegliche Licht- oder Dunkelheitszustände. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Fehlen von Licht oder Dunkelheit nur in Bezug auf unsere Wahrnehmung existiert, da wir als Menschen fähig sind, Licht und Dunkelheit wahrzunehmen. Ohne uns oder andere empfindungsfähige Lebewesen, die fähig sind, Licht und Dunkelheit wahrzunehmen, würde diese Unterscheidung nicht existieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.